Normandie 1985. Als ein überraschend aufziehendes Unwetter den 16-jährigen Alexi in seinem kleinen Segelboot zum Kentern bringt, wird er wie durch ein Wunder von dem etwas älteren David gerettet. Eine große, besondere Sommerliebe nimmt ihren Anfang, doch nach wenigen Wochen wird das unbeschwerte Liebesglück der beiden Teenager getrübt. Die Ereignisse überschlagen sich und Alexi muss ein letztes Versprechen einlösen. Sommer of 85 stammt aus dem Jahre 2020, ist eine französische Produktion, hat eine Lauflänge von ca. 100 Minuten und eine Freigabe ab 12 Jahren. Es wird auch als die französische Antwort auf den Film Call Me By Your Name gehandelt und ich vermute mal jedem, dem dieser Film gefallen hat, wird mit Sicherheit auch Sommer of 85 gefallen. Wir haben hier einen Film unter der Regie von François Anson. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, er ist bekannt für Filme wie Acht Frauen oder dem Remake von Swimming Pool. Außerdem ist er dafür bekannt für seinen offenen und direkten Umgang zum Thema Sex. Hier hält er sich jedoch dezent zurück. Er zählt diese zarte Sommerliebe zwischen zwei jungen Männern, die da aufblüht. Aber letzten Endes in einer großen Tragödie endet. Das Ganze wird am Anfang schon angedeutet und nimmt dann immer mehr wie eine Lawine so Anlauf. Und zum Schluss hin werden wir dann völlig überwältigt von dem, was uns hier geboten wird. Wie eben diese beiden jungen Männer von ihrer ersten Liebe, von diesen Sommergefühlen. Und es wird einfach auf ganz natürliche Art und Weise gezeigt, wie eben zwei Teenager, kann man sagen, sich ineinander verlieben und dann die ganzen dummhalten machen, die eben pubertierende Menschen in diesem Alter machen, wenn sie frisch verliebt sind. Ja, sie gehen miteinander aus, sie gehen auf die Kirmes, sie kloppen sich mit rivalisierenden Jungs und Leuten, sie fahren ohne Helm auf dem Motorrad umeinander und gehen zum Baden und alles und entdecken ihre erste Liebe und Gefühle füreinander und das Ganze eben zwischen zwei Männern. Aber wie gesagt, auf ganz natürliche Art und Weise und so, finde ich, sollte ein Film auch mit dem Thema umgehen, was in der heutigen Zeit leider nicht mehr selbstverständlich ist. Da muss man immer große Theatralik wählen und mit dem Finger drauf zeigen und hast du nicht gesehen. Wobei doch in der heutigen Zeit in einem zivilisierten Land echt kein Hand mehr danach kriegt, ob jetzt zwei Jungs unter dem Baum sitzen und miteinander knutschen, zwei Mädels oder ein Junge und ein Mädchen. Ich denke, so sollte das sein. Kommen wir zum Rest des Films. Der ist richtig klassisch auf 80er Jahre getrimmt. Schon vom Bildlook her haben wir ein sehr körniges Bild hier. Die Farbwahl ist auch dementsprechend gewählt worden und natürlich dieses Ambiente hier im Sommer an mehr. Das ist fantastisch. Auch die Klamotten und die Frisuren, Schnauzbärte und alles. Du fühlst dich einfach sofort in die 80er Jahre zurückversetzt. Die Musik untermalt das Ganze nochmal. Die ist fantastisch ausgewählt. Nicht nur wegen diesem Retro-80er-Charme, sondern um uns auch hier diese Gefühle näher zu bringen. Diese Emotionen, die die beiden Jungs erleben. Ich erinnere mich hier an diese Disco-Szene. Die ist fantastisch in Szene gesetzt. Da bekommt der eine Junge von dem anderen eben Kopfhörer aufgesetzt und während andere hier zur Disco-Musik abgehen, siehst du ihm hier praktisch schon schweben in der Luft zu I Am Sailing von Rod Stewart. Das Ganze taucht dann später noch auf, als sie dann wieder auf dem Meer sind und ist wirklich fantastisch in Szene gesetzt. Wir haben zum Schluss hin In Between Days von The Cure. Das ist noch eine lustige Randnotiz, denn die haben zuerst nicht zugesagt, dass man ihren Film, ihren Song benutzen kann im Film, weil der Film sollte eigentlich Summer of 84 heißen. Aber ihr Song erschien erst 85 und so hat man dann den Film umbenannt, der auf einem Buch basiert, eben in Summer of 85, um das Ganze eben auch zeitlich miteinander abzustimmen. Also für alle Leute, die sich eben für solche Filme interessieren, für solche Themen, aber auch wieder ein bisschen 80er Retro-Feeling haben möchten, über den Tellerrand hinausschauen möchten. Und einfach mal, ja es ist kein Feelgood-Movie, ja es ist eine Tragikomödie, aber mit einer wunderbaren Message und verpackt mit echt tollen Bildern, toll in Szene gesetzt, Sonnenuntergänge und auch weitere Szenenbilder hier am Strand und auch des Nachts. Also das hat mir wirklich gut gefallen für alle Leute, die etwas übrig haben für solche Filme, denen sei auf jeden Fall hier Summer of 85 empfohlen. Ab dem 12. November 2021 könnt ihr euch dann bei Interesse selbst von der Qualität des Films überzeugen. Einen Trailer zum Film packe ich euch unten in die Videobeschreibung genauso einen Link zum Ausleihen oder zum Kaufen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, auf bald meine Freunde, macht es gut und Servus.